Mein Name ist Alfons Nissel. Ich betreibe das Schuhgeschäft Nissel mittlerweile in der vierten Generation und das Ganze finden Sie in Marktündersdorf. Am meisten Spaß macht mir die Vielfältigkeit der Schuhbranche. Es gibt immer Neues und Spannendes zu entdecken, das wir unseren Kunden anbieten können. Wir bieten unseren Kunden ein Vollsortiment an, Damen, Herren, Kinder, vom Gummistiefel bis zum High Heel. Unsere Kunden schätzen die große Auswahl, die wir bieten, die freundliche Beratung, Verkäuferinnen, die sich mit der Ware auskennen und die Kunden gut beraten.